ja wir nehmen das spiel wieder auf und versuchen den geheimen eingang zu finden hier rein bringt ja auch nichts das ist jetzt hier weitergehe toll komme ich wahrscheinlich wieder zurück in den dschungel oder so toll was wichtig am strand das mit müsste ich mal finden der kennt mir das vielleicht sogar sagen die verschollenen sind eine gute informationsquelle zögern sie nicht sie um hinweise zu bitten mal sehen was jetzt hier passiert vielleicht finde ich irgendjemanden aber ich wollte nicht an den strand ja wir gucken mal was man die fragen können und wenn wir sie was sinnvolles fragen können dann gehen wir wieder zurück in der schwan station ist mir nicht geheuer alter wenn ich an dieser magnetischen wand vorbeigehe kriege ich zahnschmerzen ok dunkles territorium da sind die ganzen leute krank geworden und rousseau hat gesagt so ein montant aus ihrem team hat einen arm verloren und da ist arzt hochgegangen warum bist du verflucht klingt vielleicht irre aber ich bin über 150 millionen schwer ich habe die zahlen in der lotterie getippt und gewonnen dann ging es los mein opa ist gestorben das haus meiner mars abgebrannt und meine freundin ist mit meinem besten freund abgehauen sogar die arme trisha tanaka wurde von einem meteor erschlagen und alles meinetwegen was ist die dame initiative sie über die damer brüder her so viel du willst aber die haben leckere plätzchen gemacht danke für den tipp hallo scheiß koffer och man ich wusste es war dumm sie einzusperren aber jack wollte nicht hören die schwan station der knopf muss gedrückt werden das ist unsere verantwortung um die insel zu retten die anderen ja und die anderen das man hat von feindseligen gesprochen und ich bin sicher genau die haben auf uns geschossen auch keine tolle hilfe hier hinten habe ich doch gerade eben noch jemanden sitzen sehen bestimmt charlie hast du eine du kommst aus dem gefängnis freikarte bekommen ja ich war in station da unten gibt es eine nette plattensammlung aber nichts von drive shaft kein wunder dass der typ verrückt geworden ist Weißt du was weißt über hurley Hurley toller bursche aber stell dir mal vor er will ein paar millionen dollar mit den zahlen in der lotterie gewonnen haben You're all everybody You're all everybody You're all everybody You're all everybody Ich habe geöffnet Das freut mich Was hast du denn alles Eine Gun Was ist denn das überhaupt Eine Lampe für 50 kriegst du Bestätigen Ich hätte gerne eine Lampe Was kostet die Und eine Knarre hätte ich gern Dann bestätigen wir das erstmal Geben die hier vor und zu 5 79 Was sehen denn noch Was kostet das 30 Und dann kriegst du Kret nämlich auch noch Zack Dann bestätigen Äh was 30 Dann einmal eine Dose davon Eine davon Und Aber hallo Und tschüss Besuch mal meine Filiale am Piccadilly Circus Ach nö Jetzt habe ich eine Knarre Hehe Ich habe eine Knarre Trotzdem weiß ich nicht wie ich hinter die Schornstation komme Ja Gucken wir einfach mal hier so ein bisschen rum Oh dieser Diese scheiß Seile hier So Kugusnuss Hier scheint es nicht lang zu gehen Wo sind denn eigentlich alle hin Ist auch gar keiner außer den Ach da sitzt noch jemand Oh toll Von Sunde fahre ich wahrscheinlich eh nichts Oh eine Gitarre Ich kann nicht ganz You all everybody You all everybody Er knipst Er punktet So Es freut mich Dass sie frei sind Ich war nie damit einverstanden Sie einzusperren Ja danke 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 Die Schwanstation Mein Platz ist hier Ich warte auf meinen Mann Schicksal Warum Glauben Sie wir werden bestraft? Retten Ich hoffe auf meinen Mann auf dem Fluss Vertrauen Vertrauen muss man sich langsam verdienen Elliot Ich bin irgendwie falsch Ich bin irgendwie falsch I'm wrong I'm wrong I'm wrong Weiter zu Luke Das kann doch nicht sein Es muss doch irgendwie Irgendwie den Weg dahin geben Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Ich verstehe es einfach nicht Aber ich glaube diese Fahne hat bestimmt was damit zu tun Diese Fahne hat bestimmt was damit zu tun Nur was und wie Warte mal Invent Kann ich nicht anlegen Info Wenn du bist du Auf dieser Seite Vorher ist besser als Nachsicht Aber was muss ich denn machen Wo muss ich denn hin Das gibt es doch nicht Aber warte mal Vielleicht kann man auch Was ist denn das Mal schauen Okay Wenn du bist Was ist denn das Was ist denn das Nein Ah Okay Okay. Okay. Das scheint mir jetzt aber der richtige Weg gewesen zu sein. Ja, Freunde, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Deswegen, oben rechts, kommt ihr zum nächsten Teil und ich glaube, jetzt wird es richtig interessant. Seid mit mir dabei, ich würde mich freuen. Bis dann. Adios.